Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Fernbus Simulator im Shuttle Modus. So, heute sind wir in Frankfurt und fahren nach Darmstadt mit unserem Mercedes, also eigentlich Mercedes, ähm, Benz. So, da die wohl keine Markenrechte haben, hab ich, ähm, haben die das wohl so. So ist das Logo halt weg. So, gut. Jetzt, wir sind schon an der ersten bis heute Stelle. Das bin ich übrigens. Also so, so sehe ich nicht in Wirklichkeit aus, sondern das ist nur ein Spieler-Avatar. So, gut. Okay, jetzt erstmal rein. Die Anzeige und alles aktivieren, sonst steigen die nicht ein. Ja. Wir sind wieder raus. Servus. Was? Das Ka- Hi! Ich hoffe, auf geht's. Mahlzeit. Mein Ticket. Danke sehr. Hallo. Ist das gültig? Danke schön. Moin. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Sehr freundlich. Tag. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich hoffe, euch geht's gut. Jetzt wär ich fast in den falschen Bus eingestehen. Also mir geht es hervorragend. Ich weiß noch nicht, wann ich dieses Video bringen werde. Aber zu diesem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, geht's mir hervorragend. Aber es muss. Draußen fieselt es. Die wahnsinnig. Man soll ja eh nicht raus im Moment. Grüezi. Mein Ticket. Also zumindest nicht, wenn man nicht muss oder so. Danke sehr. Tag. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Auf geht's. Tag. Das Ticket. Bitteschön. Auf geht's. Hi. Das Ticket. Bitteschön. Auf geht's. Hi. Vielleicht werden wir jetzt auch auf der Aufnahme raus müssen. Aber ich glaub nicht. Hallo. Ist das gültig? Ich bin ja auf der Chef. Dankeschön. Grüezi. Bitte sehr. Danke. Gut. Jetzt sind wir fertig mit dem Eincheck. Alle sitzen schon. Weil jetzt kann es durchgehen. Jo. So. 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 Oh Mann, so ein Mist, wie seht ihr, da kann man nicht mehr fahren, da muss man den Modus machen, ja so ist das halt. So, ja, in der Richtung, 76 km. Ähm, ja, ähm. Gut, ich wundere mich gerade, warum der Griff unten am Lenkrad, warum das so schwarz ist. Gut, ihr habt die Arme, bei ja vorher nicht vor, aber nein. Jo, ich grüße euch erstmal alles her, hallo Amanda, hallo Maylin, hallo Laura von Helsing, hallo Martin, hallo Martin, hallo Martin und hallo Bruderherz. Gut, jetzt geht's los, Frankfurt ist eine schöne Stadt, finde ich. So, wie spielt sie, sieht die Stadt echt gut aus. Also, hier ist die, mitunter meine Lieblingsstadt. Und, naja, gut. Darum soll man sich also anschneiden. Ja, ja, vollkommen recht. Jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet. Bin ich wieder falsch gefangen. Alles verschüttet, danke. Ach ja, da ist ja wichtig. Wie ist das denn hier? Einmal noch cool Ich wurde ja gebeten, nicht so viel über rote Ampeln zu fahren, aber wenn wir alle grün sind, anstatt rot, was soll ich machen? Ist die Straße so schlecht, oder nehmen wir einfach alles mit, was nicht ausweicht? Entschuldigung, wo sind wir hier eigentlich? Noch in Frankfurt Na ja, gut, dass wir so eine kurze Tour haben In Rasa-Stimmung bin ich heute Ich bin auf Halbbahn Das ist mein Audi Mein guter Fahrer Guter Fahrer bin ich Ich halte mir auch mal in die Geschwindigkeit für den Müff Ach nee, vom Dreck Ach nee, Leute kommen Das ist kein Elchtest Das ist kein Elchtest Was für ein Scheiß Ihr Orientierungssinn ist nicht so ausgeprägt, kann das sein? Was war das? Das ist kein Führerschein Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Komm Die Sonne Ach nee Der will man mal ordentlich fahren Und der kommt da Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Ja Mann, der kommt Oh ja Ah ja Ah ja, das ist gut Und das ist gut. Darum soll man sich also anschnallen. Und das ist gut. Einfach fahren Markus nicht auf. Vielleicht kippt der Bus noch um. Ja, wie ein guter Fahrer, der Beste. Daumen nach oben, wenn ihr das auch so seht. Oh, ich kann auch überreden. So, jetzt sind wir irgendwie raus. So, jetzt sind wir irgendwie raus. Oh, ich kann auch überreden. Oh, ich kann auch überreden. Oh, ich verrasche. Ja, ähm. Sorry für die extra Runde am Flughafen, aber so habt ihr dann auch mal gesehen, wie der aussieht. Ah ja. Ja, dann wird das halt ein längerer Frühjahr. Oh, ich kann auch überreden. 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 Was für Rikia. So ein Rowdy. Da. Da. Ich wollte jetzt rauf gehen. Ich bedanke mich für diese Folge, grüße alle meine Abonnenten nochmal und ja, bitte lasst mir eine Bewertung da, Daumen nach oben, wie immer ihr kennt das Spiel und also wie das läuft. Ja, und wünsche euch einen schönen Park noch oder Nacht oder woher noch immer. Bis dann, ciao.